ARD Text im Auftrag von Funk Geld, Quatsch, Z, Schlüssel, Schwark geben, bitte Ja, du bist ein Two-Face? Gibt es Entschlüsse bei Bane? Ja, Fluchtfahrzeuge sind Quads, die an der Rückseite stehen. Okay. Ah, lieber Go-Karts, ist das hier geiler? Ja, würd' wir die Go-Karts nutzen? Die Go-Karts dürft ihr nutzen, klar. Ist halt nur illegal. Dann nehmen wir die Go-Karts als Fluchtfahrzeuge. Okay. Ich hab nur noch zwei in der Garage. Ich hab die meisten in der Kopfgarage dran. Wir machen mit Go-Karts und Quads als Fluchtfahrzeuge. Ja, Mann. So was total Schlechtes, so ungeschützt, aber... Ja, egal. Die Cops müssen einfach so verwirrt sein. Überall stehen richtige Autos und alle machen mit Go-Karts. So. Toll. Irgendjemand hat grad die Wand umgefahren. Nee, oder? Es sind. Na, super. Ja, ich bin auch drin. Okay, ich hab da nichts mehr. Ich guck jetzt noch was abklappen, ich hab was da. Okay. Ach, hier so ein Autofriedhof. Ich bin überall. So, steh ich einfach mal mit den Querfield ein. Ist die Bank jetzt eigentlich schon unser? Wenn die jetzt immer ankommt, dürfen die einfach mit den Haufen schießen, damit der nicht... Das gehört hier, das Gebiet gehört jetzt zu uns hier. Ja, wir wollen am vorbereiten. Richtig. Also hier kommt jetzt definitiv, geht noch mehr ein Mädel. Junge, wie viele. Aber das ist richtig gut. Da können wir uns richtig gut verschanzen. Die wissen gar nicht, wo sie hingucken sollten. Alter, ich will mal nach oben aufs Dach. Ah, nee, das ist die Treppe des Todes. Ja, nee. Richtig. Hat jemand von euch was im... Der Piratenfluch liegt immer noch. In der Garage noch an Zeug? Ja, ich tu grad meine Autos raus. Wer Auto nehmen will, die nicht schnell hin. Oh, wo kommt denn die Gruppe? Mach mal die Gruppe auf für Nancy. Ach so, die Gruppe, die Gruppe, genau. Die Gruppe. Vergesst nicht abzuschließen, wenn ihr aussteigt. Ab in die Gruppe. Ach Mist. Die ist, äh, oder? Gegenbeitreten. Okay, jetzt komm ich da. Gegenbeitreten. Wir haben eigentlich genug, was schon mal gehört. Ja, wir haben auch Fluchtfahrzeuge jetzt noch. Ach so, ja. Fluchtfahrzeuge, das stimmt. Das muss so geil sein als Bulle, wenn ihr hier rein wollt. Wir wollen doch eigentlich mit dem Boot fahren, oder? Ja, das war eigentlich der Plan. Wir sind jetzt zu weit weg. Nein, jetzt fahren wir mit Go-Kart. Den Etui noch? Go-Kart, okay. Ja, warte mal, Mauro, komm mal her. Naja, ich gebe den Schlüssel, weil du musst das auch nicht abschließen. Kommst du doch noch mal mit der Garage? Ja, warte mal. Was sind wir mal zwei, drei Red Bull? Ja, aber gerne. Ich bin auch ein. Ja, ne, ich werde gerade fahren mit Dalu ist ein schönes Genauso. Warte, Schlüssel geben. Jetzt bin ich da. Ich habe zufällig, es geben, wie viele geben. Erfrichtige. Ein Red Bull, zwei Red Bull, drei Red Bull, drei Red Bull geben. So, Dalu, Z, Inventor, Red Bull, Dalu geben, einmal, zweimal, dreimal, sind sie sicher? Juhu. Okay, da steht noch so ein gelbes Drecksauto auf der E-G-Überlinge-Seite. Ja, das ist nehmlich. Habt ihr das eigentlich umgeändert? Ich drücke immer auf geben, wenn ich das nutzen will. Kann das sein, dass das in dem alten Menü andersrum war? Ne, ne, da war, na gut, da war, äh, löschen, da war löschen, benutzen, geben. So, die reinfallen. Oh, Gott, Gott, das müssen sie euch strecken. Kommt noch ein paar Cop-Autos. Da müssen Polizei-Autos eigentlich schnell rein. Ja. So ein Strider mal. Ja, und was ist mit dem Heli? Der steht da jetzt so rum. Ja, das ist die erste Uplink. Spann, Gott, sag. Guck mal, schnell, noch, 80 Autos. Genau, genau. Der ganze Server raubt doch gerade die Bank aus. Wir fahren ja mit dem Quotz für den Heli. Ah, hier. So. Mann, ist die Karre hässlich. Piss gelb, ey. Einer muss am Eingang noch den Zaun dicht machen, weil da ist ja eine Wand überfahren. Ja, ich war jetzt noch was frei. Das muss der letzte machen eigentlich, weil wir müssen noch rein. Der Andy-Want. Sie sehen schon, was ich euch jetzt... Naja, bleib mal hier. Ja, ich wollte gerade so auf den Go-Kart holen. So, Moment. Einmal. Die machen die aber zu. Abgeschlossen einfach. Gut, einmal bitte. Ja, aber ich hier einmal. Scheiße. Kann nicht rein. Ist abgeschlossen. Äh. Äh. Warum sind die Dinger abgeschlossen? So, bitte. Jetzt war's. 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 Go-Karts und Quads für jeden eins. Genau. Go-Karts hab ich nicht. Da muss ich gerade nehmen. Oh, hier müssen wir so eine Gasse bauen. So aus Hemmels, wo nur Go-Karts halt durchkommen, weil die so eng ist. So dass du da rein abbauen kannst. Unten dunter durchfahren. Ja, und dann dunter durch. Ja, unten dunter durch. So, warte. Hier rum ist's. Hey, was ist das? Was denn? Was denn? Der ist hier gerade vorbeigefahren. Hier musst du mich mal anschubsen. Der ist hier festgefahren. Ach so, warte. Ja, mit dem Go-Kart? Nee, lass mal. Dann lass ihn hier stehen. Go-Kart schubst sich keinen an, tut mir leid. Das wird nix. Nee, fahr weiter. Nee, das wird nix. Der ist tot. Gib ihn auf. Gib ihn auf. Es ist vorbei. Nein, ich geh ein Auto. Genau, das wäre das Ziel der Sache. Ihr bestätigt zwar quasi zwei Millionen in die Autos, die wir da hinstellen, kriegen dann doch von tausend raus, ist egal. Egal. Das ist wie der Jäger hat um den, ja eben. Parkt euer Auto dann irgendwo, ja nur leicht abseits, so weißt du, dass sie da direkt hinrennen können und abhauen könnten. Sollen so büschen. Ja, am Strand. Alle in so'n Busch. Der am Strand draußen dann. Parkierung setzen und dann ab dahin. Ja, ich hab meins jetzt in so'n Busch gesetzt hier einfach. Da fahr' ich da einfach. Dein Go-Kart oder was? Ja. Da ist in nem Busch drin. Die Busch. Dann renn' ich einfach zu dem Busch hin und da und dann da mit ab. Warte mal, welches war das lange? Da ist ja ein Go-Kart zum Abhauen. Hat jemand ein anderes Auto? Dann ein Quad. Ja, ein Quad nimm. Ich hab auch bloß, ich hab die meisten Go-Quarts hab ich als Bulle. Ja, mach doch nicht, dann setz ich mich bei Ihnen von euch mit aufs Quad. Wir holen ja noch drei Quad jetzt. Ich hab auch noch, ah scheiße, ich hab auch keins. Das sieht gut aus. Quatt. Also Banken, Kindereingang und dann, na. Wollen wir alle in die Bank gehen? Einer muss trotzdem den, nein eben nicht. Wir müssen ja nicht in die Bank gehen, weil die Bank, es gibt ja nur noch einen Eingang. Ja und wer raubt die aus? Ich, ich raub aus, weil ich bin nicht wahr, wie ich es war. Einer muss aber dann trotzdem am Hintereingang stehen, falls die wirklich den Hintereingang frei machen. Dein Hintereingang ist super, boah, kann man wieder heim? Ja, wenn das Auto explodiert. Kein Geld mit Bane? Äh, keine Lizenz. Achso, warte, er kommt zurück. Spaß beim Expo. Kannst du mir ein Fahrzeug geben? Ja, ich müsste genug Geld haben für zwei. Kostet glaube ich nur 3.000 oder so. Ich hab jetzt permanent gekauft, hab ich ein paar mehr Fahrzeuge. Warte mal, ich muss ja eine Schlüssel geben. Kriegst du auch wieder. Eben. Du bist ja versichert. Warte, ne, man. Habt ihr, wie wollt ihr euch positionieren? Das machen wir jetzt. Wo hast denn du dein Ding hingestellt, oder? Irgendwo in einem Rutsch. Also ich weiß wo. Irgendwo ist gut, hinten raus oder vorne raus. Einfach nur merken, wo deins ist. Es ist ja auch gut, wenn wir alle in andere Richtungen abhauen würden. Ja, ja. Und wird am Ende nur einer geschnackt. Hat jemand noch einen Quad für mich über? Wir haben jetzt noch gerade drei geholt. Wir haben noch zwei Guckers da stehen. Also müssen wir noch einen Quad irgendwoher besorgen. Aber wenn es jetzt Nacht wäre, würde ich sogar trauen mich. unter ein Auto zu legen. Ja, aber Tag sieht man so schnell. Vom Weitem. Also die kommen, wo die Bank am Rücken ist, da landen sie. Also da ist ihre LZ. Ja, trotzdem sehen die dann einfach mal tausend Autos. Die hätten wir vollstellen müssen, die LZ mit Autos. Dass sie nicht landen können. Vorsicht! Vorsicht! Wie gesagt, einer muss dann den Hintereingang verteidigen. Damit, falls sie wirklich da irgendwie durchkommen. Also selbst ins Bankgebäude gehen wir gar nicht. Ne, ohne der das ausraubt. Die Frage ist, wir wollen doch wohl nicht in die anderen Gebäude gehen, ne? Weil wenn wir da einmal drin sind, kommen wir doch auch nicht wieder raus. Es darf nur, wir müssen eigentlich nur, die können ja nur den Vordereingang nutzen. Wir dürfen einfach keinen vorne reinlassen. Das ist halt, theoretisch müssen wir nur den Platz verteidigen. Bist du das Friendly auf dem Quad? Ja, ja, ich hab mir grad hier. Dann wäre, na, du spielst das Wissen, weil dann komm ich nämlich zu dir. Oder geh ich nämlich hier rein. Vorsicht, davon ist Stichung gerade. Was haben sie denn? Haben die irgendwie Night Vision Wärmebild oder sonst was? Die haben, die können WBV benutzen, wo wir markt oft können. WBV ist halt der Mahlsicht. Also hat der Mahlsicht mit drin. Also genau, was du im Endeffekt mit den Night Stalker hast, da du. Aber halt bloß nicht dieses Rote und dieses Grüne, sondern halt das Weiße und das Schwarze. Oh Gott, wo platzieren wir uns jetzt? Also ich werde mich außerhalb positionieren in einem Bosch. Ja. Also ich gehe ausrauben, weil ich bin ja extra. Ich meine, wo wir in der Baustelle entfernen, wo Randy gerade sein Quad hingestellt hat. Achso. Glaub ich. Ich glaube, wenn ich hier mal mein Quad jetzt, wo ich bis hingestellt habe, wenn ich weiß, wie ich hinrenne muss. Aber das ist halt riskant, weil ich nicht weiß, in der Seite die kommen. Aber an sich hätte ich hier eine gute Position. Da hinten ist ein Stückchen. Gilean? Nee, aber siehst du mich? Hier, wer auf mich zurendt, ich weiß nicht, wer das ist. Ähm, nee. Das sieht man nicht. Ach, da hinten? Ja, doch, dich sieht man. Aber das ist halt so, ja, weil die können halt immer geradeaus kommen. Wer ist hier vor mir? Ist das? Ach, hier ist vor mir. Das bin ich. Oder hier in dieser Baracke verstecken. Ja, ja, ich würde auch weiter hier hinten bleiben, weil wir sollten uns so verteilen, dass in jeder Richtung einer sitzt, deswegen. Dann gehe ich hier in die Baracke rein. Okay, dann mach das. Ich gehe jetzt rein und es raubt dann aus. Einer muss halt bei mir sein und decken. Warte, warte, warte. Ja, nee, 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 aber ich meine schon in den Kopf. Scheid sagen. Dann gehe ich hier in den... Wende, wo bist du? Ich denke mal, also entweder in der Mitte in den Kleingarten rein. Das wird dann noch gehen. Also jedenfalls der einen Gilly hat. Ja, da habe ich auch gerade überlegt. Ich habe mich jetzt mit dem Gilly in den Busch gesetzt. Ich weiß nicht, wer fuchtelt denn gerade hier bei mir rum? Ja, ich... Äh, nee, hier in der Mitte. Ich meine den hier. Also da, wo ich jetzt bin, einer und hier halt einer. Gut, dann geh ich hier rein und du gegenüber, ne? Ah, bereit. Hab ich überhaupt Schussposition? Warte, ich muss gerade noch die Palme reden. Habt ihr den Eingang im Blick? Wie gesagt, wir brauchen nur den Vordereingang. Was anderes können wir hier nicht nutzen. Achso, nee, das haben wir ja gar nicht. Kann mich noch einer heilen vorher? Wir hatten ein... Ein Medikit dabei. Ja, das stimmt. Das ist scheiße. Da sind überall Bäume, das sieht man da nicht. Kannst du mich heilen, oder nicht? Oh, der eine Busch ist gar nicht echt. Wie geil ist das denn? Also da sind keine Äste drin, meine ich. Du kannst da einfach reingehen. Der ist komplett zum Reinlaufen. Dann bleib ich hier. Verstecke ich mich hier im Busch. Ich bin bereit. Warte, Maru, du heißt mir. Könntest du schon mal kurz heilen, bitte? Ja, ich verstecke mich hier, hier ist gut. Bin in der Bank, dann drin. Dann zeige ich mir einen Zaubertrick. Eieiei. Hä, wo bist du denn? In der Bank drinnen. In der Staatsbank. Ah, okay. Eieiei. Okay, Leute, kann losgehen. Ich hab Angst. Ich auch. Hat einer die Tür frontal im Blick? Also, falls doch einer ist, reinzulaufen. Ich versuch. Ja, ich versuch's gerade. Das Problem ist, wir haben die Autos ja so beschissen positioniert, dass... Ich bin da, Maru. Wer auch rumzulaufen ist, nächstes wieder so. Ich könnte... Ah, scheiße. Das rote Heute nervt. Ah, der zweite Hemet da. Ein bisschen im Weg. Wer hat den Schlüssel? Such, such, such. Ich nicht. Ich hab ihn diesmal leider... Hat's funktioniert? Ein bisschen was. Ja. Aber... Mach die Tür mal wieder zu, ne? Wegen der Heizung. Aber ja, ich kann mich unter den Hemet legen. Ähm, können Polizisten durch das Fenster durchsteigen? Per V? Nein. Kannst du mich unter den Hemet unter? Ja, ich hab mich jetzt unter den Hemet gelegt und da hab ich... Ja, da kann ich zur Not auf die Beine schießen. Also, der rote Offroader da vorne ist halt scheiße. Dann fahren weg. Ja, ich kann nicht. Ich hab keinen Schlüssel für den. Ich weiß nicht, wen der gehört. Meiner macht die ganze Zeit ganz komische Stimme-Geräufe. Kann meiner sein, kann meiner sein. Es wäre kein Dach, wäre optimal oder so, ne? Kein, nee, weil, äh, nee, weil du von dem Dach nicht mehr runterkommst. Die Leidern packen. Aber es gibt ja noch den Turm, aber da rennen die Bullen natürlich sofort rein. Was ist denn mit den Häusern, die auf der gegenüberliegenden Seite sind? Äh, der Turm könnte eigentlich besetzt werden, aber da müsst ihr halt eh noch einen Runden mit aufpassen. Nee, der rote ist auch nicht. Ist nicht meiner. Kommt der andere Rote, kommt gar nicht zu uns, hat er mit eingestellt. Hast du eine Autoshow hier? Hören die eigentlich meine Stöhnen-Geräusche? Äh, wenn du dich hinlegst, dann beruhigt er sich ja irgendwann. Hallo. Okay. Und jetzt hättest du auch zum Krankenhaus laufen können, ne? Hallo. Kann mir immer so durch. Mit Stauung, F-Kneuer, den Feuermutus lautlos wechseln, das muss da ja. Riddler kann, glaub ich, loslegen, oder? Willst du dann anfangen? Ja. Soll ich Bankhaus rauben oder nicht, das seht ihr gleich, oder auch nicht? Fortsetzung folgt. Oder auch nicht. Auf der anderen Seite der Mauer sind dort die Häuser, ne? Ja. Vielleicht wäre das ganz gut, wenn da einer reingeht. Damit haben wir nur die Hinterseite der Banken. Ja, aber es wäre besser, wenn da einer ist, oder? Ich bin jetzt mal gespannt, was wir hören und von wo sie kommen. Wie gesagt, wir müssen also auf jeden Fall die Bullen halt erst so früh wie möglich abschießen. Die dürfen halt nicht reinkommen. Wir versuchen es. Sack, die Zeit tickt. Ich will so gern wissen, was die sagen, wenn die die Autos sehen. Also, what the fuck? Fliegen mit dem Heli hier drüber und sehen einfach mal 20 Autos da stehen. Ich setze mich jetzt einfach mal den Hamlet als Passagier rein, vielleicht wird es gar nicht schaffen. Ja, hinten rein. Alle hinten in so ein Hamlet rein, wenn die Bullen vorbeilaufen, alle ausschneiden. Bad. Also, das. Das wäre was. Die kommen sowieso von der anderen Seite, deswegen gehe ich einfach mal davon aus. Die zahlen gerade ein paar Leute. 300.000 kriegen sie da von einem. Ja, es kommt in die Bank die 300.000, ne? Die kaufen gleich mit aus. Ja, direkt mit. Mal reinschreiben. Dankeschön. Mal gucken, wie viele Bullen online sind. Oh, 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 oh. 12 oder sind mehr geworden. Oh, sind ordentlich. Nein, du weißt es. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. Gut, ich zähl mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 davon sind Rekruten. Oh, trotzdem. Ja, die Rekruten sind gefährlich. Die Rekruten darfst du nicht unterschätzen. Der Taser, der hat was. Ja, aber wenn die tot sind, sind die raus, ne? Ja, die liegen dann genauso, wie nennt sie zum Beispiel, 8 Minuten auf dem Boden. Aber du kannst mit denen labern, ne? Richtig, aber die können dir nicht antworten. Ja, ja. Die können schreiben. Die können nur noch, ne, die können auch nicht schreiben, sobald du in diesen Rewrive-Modus bist, geht gar nicht. Schreiben ging? Ja. Schreiben ging? Okay. Ja. Ich dachte, da wäre alles deaktiviert. Brauchgranaten habe ich auch. Kann man das denn, falls es brenzig wird? Ne, bei mir ist keiner. Ne, Wahoo halt. So, na, ich bin auch mal gespannt, von wo die jetzt anrücken. Äh, die LZ kann ich euch markieren. Mit DS wäre ich jetzt gerne. Kann ich euch markieren. Ist markiert. Ja, hm. Ich will das, wer hätte die LZ davon mit Autos stellen müssen, dass sie nicht landen können. So, ganz alles drumherum, wenn es keiner reinkommt, dass sie in der Stadt landen müssen. Ach, wenn die da hinten landen, haben wir aber noch Zeit. Ja, weil die durchcam alle Häuser. Ja klar, da campten wir auch gerne Leute. Also, ich kann ja schon was das sagen, ich muss doch mal gucken hier. Ich habe nur Angst, dass die, wenn die hinter mir einfach durch die Wand fahren mit einem Auto und mich übernommen. Ja, das ist 80. Ja, genau. Ja, die kommen ja. Ich bin Mr. T und wer bist du? Ich dürfte hier nicht spawnen. Das heißt, die fliegen ja oben quasi los mit alle mit Heli. Die haben gar kein Auto hier gleich. Erstmal. Also, ich lieg, wenn man aus der Bank rauskommt, äh, in diesem Gebüsch, also in diesem Blumenfeld. Ich sehe das Blumenfeld leider und das ist mir genau gegenüber. Ich weiß nicht, ob ich dich treffen würde, das ist das Problem gerade. Ja, ich wollte es gerade sagen. Weil du sitzt nämlich genau im Fadenkreuz. Also, das Kästchen ist ein bisschen da drunter. Ja. Du liegst aber, oder? Ja, ja. Wenn du liegen bleibst, dürfte nichts passieren. Super. Sehr schön. Und schieß bitte auf Kopfhöhe, weil ich bin ja auch dir gegenüber. Ja, ja. Äh, ja, ich auch. Warte, schieß einmal rüber, mal gucken. Nein! Nein! Denk an den Bullet Drop. Da ist ein Schalter drauf, da drückt es ja noch mehr. So. Uieiei, wie lange dauert das? 15 Minuten, ne? Noch 11. Oh. Oh mein Gott. Äh. Wisst ihr alle, wo euer Go-Kart? So ungefähr, also so ungefähr laufen die. Also Gruppe 1, Gruppe 2. Also ich habe, ich sehe nur Bulleneld. Achso, das sind Punkte, die schwarzen Punkte. Richtig. Achso. Okay, der eine Punkt ist ja sinnlos, weil das ist ja der Hemd im Weg. Der obere. Das heißt, die werden dann wahrscheinlich an der Bank vorbeilaufen. Links. Nancy, guckst du ein bisschen auch so nach rechts? Gibt es da irgendwo einen Eingang bei dir? Ja, ja. Genau, bei mir ist hier ein Loch in der Mauer dann weiter hinter. Genau, das ist wichtig. Also Höhe auf das anderes Gebäude, genau. Der ist die weitesten Weg. So, ansonsten immer hier aufpassen. Die Seite deck ich dann ab. Und wenn wir uns da so ein bisschen einig sind, dann passt das. Immer hier aufpassen. Und gerade hinter der, also im Allgemeinen immer, also hinter der Stadt, also hinter den Raum, wo die ganzen Fenster sind, da sitzen die meist hinter den Wänden und gucken halt erst mal. Also ich bin unsichtbar. Du bist ja, also da, wo du im Endeffekt hinliefst, da geht kaum eh mal lang. Mein Quad steht ziemlich scheiße. Da du ist immer mit der Meinung erst unsichtbar, egal in welchem Spiel. Ja, weil ich mich immer so gut positioniert habe. Da steht gerade mein Quad. Wie hieß du Taschendieb? Irgendwie Flippy oder? Tricky. 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 Ich habe sehr viele Leute beklaut. Ja. Ich denke, da, wo mein Quad steht, kann ich nicht benutzen, ne? Muss ich bei jemand anders mitfahren dann? Das Schlimme ist eigentlich, wenn einer neben mir steht, da schon das Kürzel Taschendieb hat und man lässt sich trotzdem noch beklauen. Ja. Hat ja einer von euch ein Auto aufgeschlossen? Ja, ja, ich weiß das gerade. Wer war das denn? Ich muss gerade mich nochmal hier positionieren. Wagen Sie mal den Taschendieb? Vielleicht hätten wir so einen Korridor aus Hemd spawnen müssen bis zum Ufer, wo wir wohl ein Burschirm fahren können. Ja, ich bin mal gespannt jetzt. Oh, ich auch. Die meisten kommen ja erst in den letzten fünf Minuten. Bald müssen sie ja da sein. Ne, ich packen gerade die Autos ein. Guck mal, die packen gerade die Autos erst ein. Wo? Also jetzt packen wir gerade die Autos ein, jetzt in so drei Minuten, zwei Minuten fliegen sie los und sind drei Minuten da und dann haben wir schon fast das Geld. Dann müssen wir noch lebendig herauskommen. Genau. Und ja, das ist das. Und dann bringen wir das Geld in die Justizvollzugsanstalt. Ne, die, wo hat ihre Quartren immer markiert, damit wir wissen, welche Quartren wir nehmen können, wenn sie da noch stehen. Bei meins steht ziemlich scheiße. Oh, Helikopter, Helikopter. Ja. Von rechts kommt er. Bei mir. Ja, ich weiß auch. Vor der Feuerbank auf jeden Fall. Ich muss meinen Zaun leise machen, weil sonst werde ich geflashbankt, dann bin ich tot. Also, ich bin tot. Ich denke mal, wir werden keine Flashbanks fliegen. Die sollen eigentlich nicht mal eingesetzt werden. Achso. Na gut. Also, wenn gar nichts mehr geht halt. Okay, das sieht so, als würden die von der anderen Richtung kommen, Richtung Turm. Die kommen vor der Eingang, oder? Ja, ja, die landen, der Helikopter ist vor der Bange. Sie sind genau vor mir. Also, über mir. Siehst du die? Ne, ne. Aber ich höre sie. Ich sehe den Helikopter auf der Karte. Achso, okay. Ja, ich auch. Am Steg landen sie. Ne, da habe ich jetzt gerade LZ-Frage zu helfen, weil das wäre noch ein LZ. Ne, ich meine, der Helikopter ist am Steg. Ich denke mal, der landet ja auch. Schön, die Eingänge im Blick haben. Mann, also, ich glaube, wir töten uns gegenseitig. Ach, Quatsch. Ich glaube doch. Also, wenn die Kugel bis dahin fällt, wo du bist, dann trete ich dich. Jetzt ist er bei der Bank. Genau, unter der Bank. Landen wir auf der Bank? Wir gucken erstmal, glaube ich. Ist das ein Ghost Talk oder eine Hellcat? Hellcat. Hellcat. Okay. Endlich sind wahrscheinlich die Outlooks. Der landet vor mir, oder? Der landet vor der Bank, oder? Der landet vor mir, oder? Der landet vor mir, oder? Wo viele þe ingenstrop Manyakier? Weil sie auch nicht dieses Riotakap, oder?